Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Postfolge von mir. Ihr habt mir wieder reichlich Post geschrieben und die ist teilweise sogar noch vom letzten Jahr. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt ein paar Briefe aus noch 2018. Let's go! Wir machen die Postfolge heute mal in Moorland, denn mir ist aufgefallen, dass ich noch hier eine Postfolge gemacht habe. Deswegen sind wir heute mal hier im neuen Moorland. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Das sind die ganzen Briefe. Hier ist auch noch Weihnachten und was weiß ich. Und ich würde sagen, wir fangen unten an, denn unten sind nämlich die ältesten Briefe. Und ich möchte das ja alles auch so in der Reihenfolge machen, wie sie richtig ist. Deswegen fangen wir an mit Amanda Amberfly. Hey! Ich bin's Amanda. Wollte sagen, deine Videos sind mega. Du bist die Beste. Hab dich ganz tolle lieb. Liebe Grüße, deine Amanda. Oh, Dankeschön. Das freut mich total, dass sie dir gefallen. Danke für deinen Brief. Aria Mystery Wolf. Guck mal, ein wilder Staum. Hi, ich mag Stäume. Aber mein Fred ist immer noch der Beste. Tschüss, sagt die Pulli-liebende Ari. Dankeschön, Ari, für deinen Brief. Scarlet Jeve Feather. Die Post ist da. In der Weihnachtsbäckerei. Oh Gott. Och was? Sie hat sich einfach die Mühe gemacht, den ganzen Text hier von der Weihnachtsbäckerei aufzuschreiben. Och krass. Und jetzt habe ich keine Lust mehr zum Schreiben. Kriss ist Scarlet. Och, Dankeschön trotzdem, dass du dir die Mühe gemacht hast. Obwohl Bäckerei ja mit E geschrieben wäre. Na ja. Dankeschön, Scarlet. Als nächstes haben wir die Lauren Nightfly. Hey. Hi Chrissy, ich habe gerade deine Postfolge gesehen und wollte dir jetzt auch mal einen Brief schreiben. Auch wenn ich nicht mal bei den FFs bin, habe ich euch alle noch lieb. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Von der Lauren liebe Grüße an unseren Kluppi. Dankeschön, Lauren. Wir haben dich auch lieb. Hedwig Mystery Song. Hedwig von Harry Potter ist wieder da. Hey Chrissy, du hast nicht ernsthaft dein Video noch viel benannt. Danke. Herzlichen. Und ja, mein Top Secret ist, ich bin von Harry Potter. Oh. Also doch. Eine Eule, die Briefgeschreibung. Interessant. Danke für deinen Brief, Hedwig. Evelyn Stormday, Fan. Hey Chrissy, hab dich ganz doll lieb. Deine Videos sind total cool und freue mich immer total, wenn du mal wieder ein Video hochlädst. Oh mein Guss, wenn du das liest, dann liest du das. Juhu. Yay. Hab dich verliebt. Ich liebe es, eine von der Hedwig Chrissy Army zu sein. Und ich würde mich so freuen, wenn ich in deinen Club könnte. Ist noch ein Platz frei? Ja, wir haben noch ganz schön viele Plätze frei. Jetzt hab noch Lust, was? Jetzt hab noch Lust, noch was zu schreiben. Hallo. Mann, bin ich kreativ. Okay, lassen wir das. Liebe Grüße, Maddie, aka Ify. PS. Kannst du noch wen grüßen? Wenn ja. Alle Flausels da draußen. Liebe Grüße an alle Flausels. Liebe Grüße an Sophie Seaflower. Liebe Grüße an Jasmine Jebelwild. Liebe Grüße an Annabelle Mightyfly. Und liebe Grüße an Kerstin Foxtiel. Das sind meine besonderen Flausels. Ah, okay. Dann grüße ich deine ganz besonderen Flausels. Sophie, Jasmine, Annabelle und Kerstin. Ja. Das waren alle. Hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Dankeschön für deinen total tollen Brief, Evelyn. Julie Stormmother. Love you. Hi, Luzi. Chrissi. Grüße. Ich wollte dir einfach mal sagen, dass du eine der wenigen Menschen bist, die einen super Humor haben. Oh, dankeschön. Dein Club ist Sophie und ich würde gerne wieder in deinen Club. Nur ich hab momentan sehr wenig Zeit. Bedeutet, ich bin leider sehr beschäftigt, schätze ich mal. Und jetzt zu deinem YouTube-Kanal. Ich liebe deine Videos. Gerade gucke ich mir ein Video von dir an. Ich zieh um. Ah ja, das Video. Ja, das kenn ich noch. Deine Videos sind so lustig und schön. Ich hab auch einen YouTube-Kanal, aber der ist lange nicht so wie deiner. Keine Einglaubung, kein Problem. Love you. Liebe Grüße, Julie Stormmother. Dankeschön, Julie. Das ist echt mega lieb. Und dass du nicht mehr im Club sein kannst wegen Schule und allem, das ist überhaupt kein Problem. Gut. Ein Brief von der Christelle Cloud Nest. Nein, ich habe mir nicht selbst einen Brief geschrieben. Das war die gute Anastasia, Mr. Hope. Aber den Brief nehmen wir jetzt hier noch mit rein. Moinsen. Hab mal ein bisschen deinen Account gestalkt. Musste ja nachsehen, ob es der Uschi auch noch so gut geht und so. Naja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, du hattest Spaß mit Pflanzenrote. Ja, es war sehr schön, auch wenn es schon ein paar Mutlige her ist. Es war sehr, sehr schön. Hab dich lieb, deine Nudli-Dudel. Dankeschön. Danke für deinen lieben Brief, auch wenn er quasi von mir selber ist. Dankeschön. So, meine Freunde. Das war's jetzt mit diesem kleinen Postfolgen-Video. Ich versuche jetzt ab und zu mal eine Postfolge in meine Videos mit reinzuquetschen. Denn eure Briefe sind es echt immer wert, eine Postfolge dazu zu machen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Mit-Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Okay, wartet, wartet. Ich möchte noch winken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.